Täter nach Schüssen in Hagen weiter auf der Flucht. Artikel Hagen. Am frühen Samstagmorgen hat sich in der nordrhein-westfälischen Stadt Hagen ein dramatischer Vorfall ereignet. Schüsse fielen in einem belebten Wohngebiet und der Täter ist weiterhin flüchtig. Die Polizei hat eine umfangreiche Fahndung eingeleitet, um den bewaffneten Angreifer zu fassen, der derzeit die Einwohner von Hagen in Angst und Schrecken versetzt. Die Schüsse fielen gegen 6,30 in der Nähe der Altenhagener Straße, einem Viertel, das hauptsächlich von Familien und älteren Menschen bewohnt wird. Laut den Augenzeugenberichten wurden mindestens drei Schüsse abgefeuert. Panik breitete sich schnell aus, als die Anwohner die lauten Knallgeräusche hörten und die Nachrichten von den Schüssen in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer die Runde machten. Einwohner der Stadt äußerten sich geschockt und besorgt über die jüngsten Ereignisse. Peter M., ein Anwohner, der nur wenige Straßen von der Tat entfernt lebt, sagte, es ist unvorstellbar, dass so etwas hier passiert. Wir fühlten uns immer sicher in unserer Nachbarschaft, aber jetzt hat sich alles geändert. Viele Hagener Bürger teilen seine Besorgnis und fordern verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. Die genauen Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar. Die Polizei Hagen gab bekannt, dass sie derzeit alle möglichen Motive untersuche, darunter ein persönlicher Streit oder eine Auseinandersetzung in kriminellen Kreisen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen wurden jedoch keine weiteren Details veröffentlicht. Ein Polizeisprecher erklärte, die Ermittlungen sind noch im Gange und wir können zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Informationen preisgeben. Wir bitten die Bevölkerung um Geduld und Mithilfe. Jeder, der Hinweise geben kann, sollte sich umgehend bei uns melden. Die Innenstadt von Hagen ist mittlerweile von einer massiven Polizeipräsenz geprägt. Patrouillenwagen durchstreifen das Gebiet und Spezialkräfte wurden eingesetzt, um den Täter aufzuspüren. Auch Hubschrauber kreisten stundenlang über der Stadt. Zahlreiche Straßensperren wurden errichtet, um die Fluchtmöglichkeiten des Angreifers einzuschränken. Bürger wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben und die Gegend zu meiden, in der die Schüsse gefallen sind. Das Geschehen hat auch in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit erregt. Unter dem Hashtag Hagen-News diskutieren zahlreiche Nutzer über die Vorfälle und teilen ihre Erlebnisse. Viele Nutzer drücken ihre Besorgnis und Solidarität mit den betroffenen Bewohnern aus. Einige Bewohner haben auch Videos und Fotos vom Tatort veröffentlicht, die das Ausmaß des Polizeieinsatzes und die allgemeine Verunsicherung in der Stadt dokumentieren. Die Hintergründe und möglichen Verbindungen des Täters sind Gegenstand intensiver Ermittlungen. Einige spekulieren, dass der Täter möglicherweise in kriminelle Aktivitäten verwickelt sein könnte und die Schüsse Teil eines Bandenkriegs sein könnten. Die Ermittler prüfen diese Hinweise sorgfältig, aber bisher gibt es keine konkreten Beweise, die diese Theorie stützen. Sofern die Flucht des Täters andauert, verstärkt sich der Druck auf die örtlichen Sicherheitskräfte. Die Bürger vor Ort haben daher über lokale Medien und öffentliche Aufrufe ihre Angst und Frustration ausgedrückt. Viele fordern eine stärkere Polizeipräsenz in gefährdeten Gebieten und eine verbesserte Sicherheitsinfrastruktur, um Bürger besser zu schützen. Auch Politiker sind gefordert, Lösungen und Maßnahmen zu präsentieren, um solche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern. Parallel zur aufwändigen Fahndung überlasst die Stadt Hagen nichts dem Zufall. Schulen hielten Sicherheitsübungen ab, um Schüler und Lehrer auf mögliche Notfallsituationen vorzubereiten. Zudem haben sich Nachbarschaftswachen organisiert, die freiwillig Patrouillen in ihren Vierteln übernehmen, in der Hoffnung, zur Aufklärung des Falles beizutragen. Laut der Hagener Polizei sei es auch unerlässlich, angemessene Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit mit den Bürgern ebenso wichtig wie moderne Techniken bei der Verbrechensbekämpfung. Wir möchten die Bürger ermutigen, wachsam zu sein und verdächtige Aktivitäten sofort zu melden. Ihre Mithilfe kann entscheidend dazu beitragen, die Sicherheit in Hagen zu gewährleisten, sagte der stellvertretende Polizeichef in einer Pressekonferenz. Der Vorfall wirft auch eine weitere wichtige Frage auf. Wie können Städte wie Hagen ihre Polizei und Bürger besser auf bewaffnete Angriffe und andere Bedrohungen vorbereiten? Experten betonen die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Vorgehensweise, die Technologie, Ausbildung und Community Engagement miteinander verbindet. Während sich die Stadt auf das Aufspüren des Täters konzentriert, sind die Einwohner aufgefordert, Ruhe zu bewahren und der Polizei jegliche verdächtige Beobachtungen zu melden. Die Sicherheit unserer Gemeinschaft ist nur gewährleistet, wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen, bemerkt ein Anwohner abschließend. Autor Anita Farke, Sonntag 2. Juni 24.